Und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Tiny Brains mit Jolle und mir, der Handalette. Handalette? Kannst du jetzt, jetzt kannst du doch mal bitte den Namen erklären. Ich hab da keine Erklärung für. Es hat Handalette, die Sandale für die Hand. Die Sandale für die Hand. Du willst doch bescheiden, Leute. Au! Alter, sag zu. Es war eine Sandale im Gesicht. Alter, voll die Sandale in your face. In Jolle-Face, haha. Tiny Brains übrigens wieder, ne? Und, ähm, wir... Ich bin geportiert worden. Achso, würde zu lahm was? Warte, tatsache zu lahm. Wo bin ich jetzt? Ach dann, hi! Warte. Hier und dann... Hier und dann... Hier und... Äh... Ne. Was? Äh? So. Gott, es muss ja in einem Punkt landen. Uah! Okay, ich muss weiter nach vorne. Feuer! Ähm... Uiuiui, weiter hinter. Jetzt wechseln. Weiter hinter. Oder im Flug wechseln. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, das... Das sah super aus. Okay, das kriegen wir hin. Warte mal mit dem Flug wechseln. Okay, kommt. Geflogen. Entschuldige. I'm pretty sorry. Was machst du denn da? Ich weiß auch nicht. Ich hab grad kein Momentum dafür. Ich hab grad kein Zeitgefühl. Oh, jetzt. Oh. Nein! Nee! Wir kriegen das. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Habt Vertrauen. Bleib damit drauf. Ich schaff das. Nein, bleib damit drauf. Und der fette Hamster-Clip denn, weil es da an der Wand um uns mit Spantel runtergeholt wird. Super das Eis. Äh, was? Was war das denn, bitte? Du hast ja gar nicht die Plätze getauscht. Das ist egal. Was war das? Danke, oder wie? Ey, springst du bitte nicht auf meine Brain rum? Da ist nur eine Glasscheibe zwischen. Auf your Super Brain? Mein Super Brain? Ey, das B ist wieder da. Das B. Ich hab's schon voll ver... Das B müssen wir... Äh. Tschüss. What the... Du machst das schon? Gib mir mal dein, äh... Was denn? Wie soll das funktionieren, bitte? Was zur... Ähm... Ach doch, ich weiß... Ich... Nee. Hä? Oh. Ähm, ja. Aber jetzt ist das ja nur so zur Hälfte da unten vorgeschoben. Wann... Wie soll denn das so unkzenuckeln? Ja, ich... Ich überleg grad auch grad... Äh... Ja. Man könnte... Nee. Du könntest dich selbst mit dem Eis da rüberschießen, aber ich weiß nicht, welchen Sinn das haben sollte. Okay. Weiß wie. Feuer frei. Ähm, das war die falsche Richtung, aber ist okay. Ich weiß es auch gerade nicht. Wann ist das so perspektivisch? Ja, bitte. Geh doch. Mit den Eismannen geben. Jetzt geht doch mal auf da. Los. Wie ist der? Bewegen sie den Eismannen. Ja. Ja. Einmal mit Firmfachpersonal, also. Einmal mit Profis, ne? Mit Profis, ne? Mit Profis, ey. Oh, falsche Richtung. Aha. Aha, wie war das mit der Perspektive? Ich sag doch, manchmal ist das nicht so einzig. Nimm doch mal bitte nicht das Nidervie, was ich die ganze Zeit suche. Das wär total toll. Jetzt hast du den... Ja, aber jetzt ehrlich mal, wieso, wieso sollten wir... Ne, guck mal, das kann gar keinen Sinn haben. Ah, warte mal. Gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal den grünen. Nimm mal den roten, die braucht kein Mensch. Ähm, ich... Ich glaube, ich muss mit dir kommen, weil wozu brauchen wir dann den Buchstaben sonst, weißt du? Ich bin hier unten jetzt useless. Vielleicht müssen wir noch den Buchstaben schießen, ne. Vielleicht können wir mit den Buchstaben... Warte mal. Ah, warte, 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 warte. Jobber, Idee. Gehst du nochmal unten kurz drauf? Ja, okay. Wow, fetter Hamster auf 12 Uhr. Achso. Pass auf. Ne, ich dachte, man kann die Scheibe entschießen. Ah ja, das war jetzt deine Intention dazu. Das war nicht gut. Das war das Wort zum Sonntag. Ich komme. Richtig. Eeeh. Oh, Gott, dieser fetter Hamster ist genial. So, los, mach hier, Eismann. Uäh. Ach, hü. Ach, hü. 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 Und dann, ich glaube, das wird... Doch, warte mal, dann könnte ich ihn unten drunter durchziehen mit dem Grünen. Das heißt, ich schieße dich rüber und renne runter. Das Ding wird uns das Genick brechen. Okay. Äh. No, Partner. Ach, nicht so. Ähm, wo bin ich? Okay. Aha. Du bist... Hat fast funktioniert, hast du gesehen? Nee, das war Kacke. Das war Kacke-Arsch, Mensch. Warum ist das nicht so langsam eigentlich so Zeitlupe? Das ist halt Zeitlupe, weil da das Momentum wahrscheinlich abgepasst werden muss. Ja, dann passt das doch. Du kannst dich selber rüber schießen, ne? Kriegst du das hin, dreimal zu wechseln? Wieso dreimal? Ja. Ja, ja, du schießt dich selber rüber und in der Luft und ich kann mit dem Grün nicht hier unten wegschnappen. Oh, ja. Oh, verdammt. Ich hab draufgeklickt, aber... Nee, ist klar, hab ich gesehen. Ich soll das mit dem Grün dann holen, sagst du? Oh, du willst... Oder nochmal... Nee, nochmal den Teleport-Menschen. Du musst sofort tauschen, ne? Nachdem du teleportiert. Oder? Ich weiß nicht. Wir probieren es erstmal mit dem Grün. Hat funktioniert, hast du gesehen? Oh, Mann, ey. Dieser fette Hamster, der ist auch einfach... Er ist einfach am genialsten, finde ich, ne? Der fette Hamster ist gut. Ihr willst ja in der Supermütze? Oh. Der Hamster ist genial, ja. Und jetzt? Warum läufst du vorwärts? Ich hab keine Ahnung. Weil du's krankst. Keine Ahnung, ich hab gerade irgendwie so gut geschaut. Aber ich bin richtig sorry. Es ist schon spät, Freunde. Ach, hör doch auf. Ja, jetzt fängt er an, ne? Siehst du, hast du gesehen? Wie der fette Hamster da rum an die Scheibe klatscht, ja. Willst du noch mal testen? Ich versuch's mit dem grünen. Okay. Okay? Okay. South Park. Freunde, wenn ihr nicht South Park kennt, ne? Das geht nicht. Okay, guckst du. Was? Was? Was war das? Hab ich gesehen. Alter, das Eis war zu schnell für mich. Oh, das gibt's doch nicht. Was für ein Devil. Hast du ne schöne Story? Wir versuchen... Ne, hab ich nicht. Ne. Ne. Grad nicht du? Rein zufällig? Geht los. Uaaaaaah. Alter, scheiße. Nochmal. Ich wollte, ich wollte, es geht nicht. Ich hab keinen Nix. Ich bin zu schlecht. Voll in die heiße Tortilla. Ich bin zu schlecht. Uaaaaaah. Uaaaaaah. Ah, ne. Ne, war schon richtig. So? Hamster. Hamster kommt. Uaaaaaah. Nein, 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 nein. Verkackt. Ach. Das ist doch... Das geht so nicht. Das... Weißt du, der Plan ist durchdacht, aber das Ende funktioniert so nicht. Kann man das nicht verlieren? Doch von hier ginge vielleicht nochmal. Muss ich... Ich sollte vielleicht nochmal wechseln. Mit dem roten dann nochmal, oder was? Ich wechsel einfach schnell. Ich brauch jetzt den... Genau, den Hamster. Das heißt, ich mach hier den... und dann wechselst du nochmal... Hm, ich wechsel dann nach dem Schuss schnell auf irgendwas anderes. Und ich nehm den roten, oder nis? Du nimmst nochmal den Teleport-Typen, genau. Super, das heißt, ich muss mich auch schnell finden. Wow. Was ist denn, warte mal, was ist denn von der Nummer her der Teleport-Typ? Keine Ahnung. E4. Oh, ey. Mir fehlt Eis. Oh shit, Mann! Weil ich es wollte unbedingt. Ich wollte es unbedingt. Was? 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 Oh Mann. Oh Gott. Hey. Hey, hi. Was? Wieso? Du bist auf jeden Fall sehr sicher, oder? Ich krieg das nicht mehr. Diese Geschichte fällt mir was ein. Ja. Ne? Mhm. Wie wir uns kennengelernt haben, könntest du ja mal erzählen. Also, würdest du mal erzählen. Wir haben uns kennengelernt, weil ihr wisst es doch, dass ich so Probleme mit meiner Internetleitung habe. Was? Was ist jetzt passiert? Und Dupsi ist da so ein bisschen bewandert und hat mir geholfen einerseits. Und du hast da ganz viel rumgefragt und dann haben wir versucht mit dem blöden Fakt Telekom zu klären und jetzt steh ich noch mittendrin. Vielleicht haben wir demnächst ja eine bessere Leidung. Ja, denn ich glaube, ich weiß gar nicht. Oh, oh. Oh. Nice, ne? Sieht gut aus. Nice, ne? Wow. Oh nein. Soll ich einfach da oben hingehen? Ja, mach doch mal bitte. Das ist total k-k-k-k-keke Arsch ist das. Da kommst du auf den, ähm, äh, ähm. Ja, fetter Armster auf zwölf. Äh, du Schneckel. Scheiße, ich war hoch. Siehste? Seht da mal, Leute. Der stellt sich auch genau so doof an. Nein, das ist auch so ein Tester, wie du darauf reagierst. Mhm. Mhm. Ich muss nach vorne? Ne, was muss ich denn? Mhm. 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 Habe ich gesehen. Boah, ist das ein scheiß Level, ey. Äh, ein total spannendes und atemberaubendes. Sag mal, komm doch mal her kurz mit deinem Eis-Typen. Was denn? Mach mal genau hier hin. Also genau hier dein Eis-Ding sieht. Ich hab auch grad ne Idee, ja super. Aber jetzt ist die Frage, Jolle, bevor du, bevor, die Idee finde ich auch toll. Ja. Was hast du dann davon, wenn ich dich da rüberschieße, wie krieg ich das dann hierher? Wie hierher? Nee, mach mal kurz dein Eis hier, genau wo ich bin. Da. Ja. Jetzt. Spring. Nein. Was? Spring, spring! Was? Was war das denn? Oh mein Gott. Du musst dann springen, ne? Also jetzt. Wechsel auf den... Du wirst wechseln müssen. Aber ich hab versucht. Okay, komm, das ist doch wesentlich besser als... Warte mal, wir können das aber doch anders versuchen. Warte mal, ich bin doch der... Wir müssen das doch auch... Nein. Wow, Alter, die Matrix hier. Wir sind so doof, Leute. Ja, wir wissen's. Erzählt's uns nicht. Und treibt uns das bitte auch nicht in den Kommentaren. Wir sind ja total traurig. Wenn das... Oh. Was? Für den Fail, sorry, musst du sein. Alter Schwede, ey. Okay, okay. Okay? Naja. Okay. Na! Er hat gewechselt mit dir. Oh, das ist scheiße. Bescheiden. Wo bin ich? Okay, okay, okay. Noch einmal. Oh Mann. Wieso kriegen wir das nicht hin? Wir kriegen's nicht hin. Ja. So, ob wir... Jetzt noch weitergehen müssen wir hier... Ne? Schneid... Nein, wir schneiden hier nix raus. Vergiss es. Hab ich doch gar nicht gesagt. Okay, hau rein. Wow. Ja, du musst schon da drücken, Topsi. Nach dem Wechsel... Nach dem Wechsel macht er das nicht so schnell. Wenn du wechselst, kann er nicht sofort. Und so. Oh, Jesus. Wir müssen doch oben rum versuchen. Was hast du gemacht? Ich hab da jetzt noch ne Idee. Okay. Den braucht er wieder drauf. Lass mich mal noch mal kurz nach oben. Genau. Gib mir mal den fetten Hamster. Alter. Hallo? Und jetzt? Ich wollte eigentlich da oben drauf fassen. Wir haben's. Hä? Wie? Ja. Wie, was denn? Wie denn? Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's einfach in der Luft gegriffen mit dem Grund. Hä? Wie auch immer. Ist egal. Wir haben's. Ich hab's nicht gecheckt. Guck's dir ne Aufnahme an, oder? Guck's auf meinem Kanal. Das, das, das. Hubert. Ne, Dieter. Dieter, Günther. 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 Hans-Peter. Oh Mann. Du mit deinem Schnuller im Gesicht, du. Ich will noch mal ne Kamera haben, bitte. Kamerae. Kamerae? Äh... Oh nein, nicht schon wieder. Warte, wir beenden das Spiel einfach so. Tschüss. Oh verdammt. Brenn! Au! Geh weg. Bernd, Bernd, ist Bredi. Gern, Bernd. Warum? Ja, da muss er jetzt durch. Der Bredi ja im Spieß. Läuft. Warum tust du sowas? Lauf einfach vorne weiter. Warum? Hör doch mal auf zu ziehen. Ich dachte, das... Äh... Dupsi, mach was. Ich bin ins Loch gefallen. Du musst... Schieß, schieß. Schieß. Ich bin das nicht. Dupsi, mach was. Dupsi. Aaaaaan. at' Quite tripp. Aaaaaa. Hau, hau, hau. Aaaaaa. Hau, 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 haa. Hau, haua. Hau, hau, haa. Hau, hau, haa. Oh nein, da ist ja ein Loch! Ich habe es nicht gesehen! Warum hast du es in eine Ahnung? Ich habe es nicht gesehen. Jawleuss. Ich hab's nicht gesehen, ich hab's nicht gesehen, das wär auch Glas oder so. Alter, ich bin da durch den Stich, ich bin durch den Glas schon bald gefallen. Oh, scheiße. Hey, komm, wir sind wieder weit gekommen. Wir sind dann wieder weit gekommen hier. Oh, ich glaub, das ist noch reingefallen. Ja, ne? Ja, so, wir sind am Anfang. Hm. Ich komm jetzt her, du Ball. Wir müssen es da rüber ziehen, hier über das Ding. Ach, nee, wie soll denn das... Hier rüber, doch. Da lang, kommt dann. Irgendwie ist... So, und dann, ich bin ins Loch... Du hast es ins... Oh nein, das sind ja auch schon wieder Löcher. Man sieht das nicht mit dem Glas, so schnell das... Ach, tut mir ja leid, aber das... Das ist hier gar nicht. Schnell, drück, 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 drück. Push, push, push. Oh. Schieß, schieß. Die. Schieß, schieß. Ah. Oh, das war ne knappe Kisse, du. Knappe Kisse. Meine Herren. Oh, ein großes Tor. Also teilweise schon echt, äh, hart, ne? Also zu viert sind, glaub ich, diese Passagen wesentlich angenehmer. Aber episch aus hier, ne? Ich frag mich jetzt gerade, wie man das alleine bewerkstelligen sollte. Oh nein, schon wieder! Ohn, nöööö! Du, ich hab mal meine Sonnenbrille aufgesetzt, ist ganz schön hell hier. Hm? Oh ne, jetzt müssen wir den echt hier noch rüberziehen und so. Hm, mmhm! Wen hab ich jetzt? What the...? Ja, das ist natürlich eine total tolle Idee. Die krieg ich gar nicht. Ich, ich hab ihn, aber... Bin verbrannt. Hier, ich glaube, der blaue tut uns ganz gut hier. Und der grüne wahrscheinlich. Oh. Okay, ich pushe. Nein, 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 nein. Oh, wie? Was? Und tschüss. Oh, nee, das ist ein absolutes... Das wird nix. Das wird nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Und das wird... Das ist schwer. Das ist schwer. Das wird auch nix. Ja, super, es hat gar nicht angezeigt, dass es hier brennt. Hast du was gesehen? Tja, wir sind ja auch schon quasi tot, ne? Also, was... hm. Das hat doof angefangen. Ich glaube, der blaue ist hier nicht schlecht. Ne, ich nehm am besten den roten. Ich glaub, denk mal, der ist auch nicht so schlecht. Ja, ich hab... Nee, der ist scheiße. Na, ich bin tot. Sobald wir tot sind, ist er auch tot. Ja, warte. Krass. Krass. Der Anfang ist jetzt aber echt doof, weil der fängt genau mittendrin an. Wie machen wir das denn jetzt, du Psi? Ich glaub, der fängt immer hier unten rechts an, oder? Die vier Felder, die jetzt... Ja, ja, das schon. Aber guck mal, dann... Wie machen wir das? Also... Wollen wir... Soll ich der blaue komplett sein? Und ihn immer davon... Ja, aber ich mach den grün. Und du machst grün oder eben lila? Oder... Oder rot. Oh mein Gott. Was schaffen wir? Guck mal, wir müssen ihn hier nur hinkriegen. Warte, 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 ich zieh. Sehr gut. Jetzt nochmal hier... Ne, warte mal, das ist falsch. Er hat geändert. Oder? Ne. Alles gut, alles gut. Blau! Ich bin... Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Äh, wo bist du? Ich bin hier. Ich bin hier. Hört gleich auf, das weißt du mit dem Eis. Ich bin verbrannt. Nein! Ich dachte du... Schießt ihn zu mir! Upsi! Oh Mann! Oh! Oh, ist das hart. Man hat der nur echt auch nicht möglich. Ich bin schon gestorben, ne? Du kommst ja gleich wieder. Junke, komm! Zieh ihn! Zieh ihn! Oh Gott! Warum? Weil ich den Grün nicht erwischt hab. Auf Anni. Oh, ne, Leute. Ey, wenn... Aber wenn das jetzt zu lange dauert... Sag mal, wie weit ist eigentlich die Aufnahme? Wir sind doch schon... Ja, genau. Das ist doch bestimmt so... Wir haben doch auch schon mit dem Ball so lange gebraucht. Oh. Ich hab dein Eis weggenommen. Dopsiiiis! Oh. Dopsiiiis! Dopsiiiis! Dopsiiiss! Dopsiiiis! Ich hab' racht. Ich glaube wir machen mal hier eine Folgenpause. Ja, und machen spannend gleich nochmal weiter. Ja, wird schon irgendwie. Bis denn, Freunde. Ciao.